Du Schatz, da liegt ein toter Vogel im Partyraum. Ja, das wird unsere Ostergans zum Abendessen. Ah, ihr habt es gehört, eine Ostergans. Ja, so war es das heutige Video und wie gesagt, Abendessen, wir haben es jetzt gerade Mittag und wir sehen uns dann später. Ich habe die Weberkugel schon vorbereitet, Leute, und wem das jetzt alles vielleicht etwas bekannt vorkommen sollte, ja, dann muss ich sagen, der hat gut aufgepasst bei meinen Videos, wir haben jetzt schon zweimal eine Gans auf dem Grill gemacht und zwar genauso, wie wir es jetzt wieder machen. Die Gans wird mit einem Semmelknödelteig gefüllt. Ja, und es ist eine regionale, direkt aus dem Dorf, also das Feinste vom Feinsten und ich bin der Meinung, das ist auf alle Fälle wieder ein Video wert. Weil, ja, einfach weil, weil es geil ist, weil es lecker ist, weil einem bei so einer ganz einfach das Wasser im Mund zusammenläuft. Gut, schauen wir uns den Grillstern an, den habe ich schon vorbereitet und dann gehen wir rein und dann geht es endlich mit der Gans weiter. Hier wieder einen von mir sogenannten wilden Minion Ring, sprich, ich habe es einfach bloß wild aufgeschüttet, gebrauchte Kohlen mit rein, ein paar frische Kohlen mit rein, auf der Seite feuern wir dann an und dann kann sich der rumbrennen und dann hat die Gans so schön in Ruhe Zeit zum Schmoren und zum Brutzeln und zum Braten. Ja, den Spieß haben wir auch schon hier auf die Länge halbwegs eingerichtet. Na gut, ein klein bisschen kann ich noch zurückgehen. So, ja, und dann eben Wasserschale und dann würde ich sagen, können wir reingehen und weitermachen. Hey Schatzi, was machst du da? Semmelschneiden für das Innenleben der Gans und jetzt ist ganz schnell gegangen. Leute, ich sage es euch, also die letzte Aufnahme habe ich jetzt zweimal gemacht. Beim ersten Mal hat Schatzi ewig nicht geantwortet und dann hatte ich gesagt, das muss schneller gehen. Ja, und dann ist das dabei rausgekommen, was ihr gerade gesehen habt. Ja, okay, Schatzi bereitet jetzt die Semmelknödel-Füllung vor. Ich fülle vielleicht ab und zu noch mit drauf, dass ihr auch mitkriegt und seht, wie die genau gemacht wird. Ja, und dann werden wir auch schon die Gans würzen und füllen. Mit SPP. Okay, Salz, Pfeffer, Paprika, mehr nicht. Das richtige Handtuch habe ich auch dazu gefunden, um das schön abzudecken. Also hier drin dürfen jetzt die Semmeln erst einmal mit ein bisschen warmer Milch schön aufweichen. Und da drüben geht es mit der Gans weiter. Gib deinen Essen keinen Namen, aber in dem Falle ist es ganz einfach Gustav. Tja, und Gustav wird jetzt erst einmal um seine Flügel beraubt. Warum nimmst du nicht die Geflügelschere? Weil die Geflügelschere ein Scheiß ist. Ich brauche keine Geflügelschere, schau. Ja, geht wunderbar, wenn man es richtig macht, genau zwischen der Gelenke schneidet, geht es wunderbar. So, jetzt ist es noch weg. Schau. Ja, einwandfrei. So Leute, Gustav ist nun flügellos. Gib deinem Essen keinen Namen. Doch, Gustav. Und Gustav hatte ein schönes Leben bei uns hier in Mödingen. Na hinten um die Ecke rum. Also war eine freilaufende Freilandgans, könnte man so sagen. Und hier drüben geht es weiter mit unserer Semmelknödelfüllung. Wie viele Semmeln waren das jetzt? Sechs. Ja, so sechs Semmelchen, so Sonntagsbrötchen, Würzen mit Salz. Was noch? Ein bisschen Muskat und dann nichts mehr. Und dann nichts mehr. Salz und Muskatnuss. Tja, jetzt wird Gustav noch schön eingepudert mit Salz, Pfeffer und Paprika. Schön ordentlich, wie sich es gehört. Innen wird das Vieh auch noch ausgepudert. Ja, komm, heben. Ja. Ach so, jetzt kommt die Füllung. Also nicht zu verwechseln mit einer Mastkanz, auch wenn sie jetzt gestopft wird. Ich würde vorne gestopft oder nicht hinter. So wird es bald. Schatzi, bitteschön. Was wird das jetzt? Heute bist du dran zum Zunähen. Ich kann das doch nicht. Du kannst ganz gut. Geht das unter der Nähmaschine? Ein paar gekonnte Stiche wird Gustav zugenäht. Einfarbe, einfadig oder zweifädig? Ich hätte es mit zwei Fäden gemacht. Also wer mir schon ein paar Mal zugeschaut hat, der weiß, dass ich den Faden immer gleich verknote. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Schatz das macht. Aber zuerst sagen, sie kann das nicht. Das hat ja bestimmt irgendeinen Grund. Ja, weil wenn man so viel kann, muss man so viel tun. Also wenn man gewollt hätte, dann hätte man in Gustav noch wesentlich mehr Knödelmasse reingebracht, aber dann hätte es eine explodierende Gans gegeben. Moment, da sind vier Eier drin. Ja, ich sag ja, dann hätte es eine explodierende Gans gegeben. Also ich vermute mal, dass am Ende, wenn man Gustav dann aufschneiden, richtig schöne gefüllt ist. Abschneiden bitte. Hier. Lass mal Schere wieder finden. Hier, hab ich gesagt. Ja. Ich hab in der rechten Hand leider die Käm. So, kannst du spießen. Vorne, Hals. Ja, ich glaub, das geht. Okay, Leute, dann stell ich mal die Käm aufs Stativ und dann spieß ich Gustav auf. So, jetzt bin ich am überlegen, ob ich den hier nicht doch noch ein klein bisschen weiter vorschiebe. Weil Gustav ragt ja hier noch oben drüber. Dann schieben wir den noch ein paar Zentimeter weiter. Jo. Na, das war fast zu viel. Noch ein bisschen zurück. Wir sind ja flexibel. Was das betrifft. Ja, Leute, dann kriegt Gustav eine Freifahrt im Karussell. Gern mal aus, gern mal aus. Damit Gustav nicht erfrieren muss, werden wir hier jetzt natürlich unseren wilden Minion-Ring entfachen. Das sind übrigens alles Klaus-Kirk-Kohlen. Nur mal so kurz Produktplatzierung aus Überzeugung. Also, ich find sie gut. Ich bin zufrieden. Ich kann sie weiterempfehlen. Also, wir können hier jetzt schon gleich ein bisschen weiter rüber gehen. Das ist jetzt gar kein Thema. Aber eben nicht gleich von Anfang an die volle Glut. Warum mach ich das so? Ja, weil sie es schon mehrfach super bewährt hat so. Richtig geil. Richtig, richtig geil, sag ich euch. Tja, und dann kann Gustav hier drauf Platz nehmen, sich ein bisschen im Karussell drehen und sich bräunen lassen. Na, geh an. Eigentlich wollte ich ja, wollte ich so rum oder wollte ich andersrum? Ich wollte andersrum. Na. Wunderbar. Einmal kurz beobachten, wie sich es dreht. Dabei das Gewicht ein bisschen nachstellen. Ja, einen ganz kleinen Stopp haben wir drin. Aber so lassen wir Gustav jetzt weiter drehen. Und ja, einfach mal grillen. Wie lange Gustav jetzt brauchen wird. Gut, Schatz, wie lange hat unsere letzte Gangs gebraucht? Bis sie fertig war. Bis sie fertig war. Die Aussage hätte ich jetzt eigentlich auch tätigen können. Eineinhalb, zwei Stunden. Wir haben es jetzt zehn nach sechs. Ja, schauen wir hinterher vielleicht auch mal wieder auf die Uhr. Also, zehn Minuten, die Temperaturen steigen und, ja, Gustav dreht sich. Knapp eine Stunde später. Schauen wir jetzt einfach rein. Also, ich habe nicht mehr reingeguckt. Ach, es sieht doch nicht gut aus, unser Gustav. Ich glaube schon, es sieht echt gut aus. so sieht gustav nach einer stunde aus kann man auch echt nicht meckern die kohlen sind schon halber ja bis hier so gut so freunde wir haben es jetzt fünf vor acht so sieht gustav jetzt aus schön schön knusprig wird er nachher glaube ich auch noch lecker gut machen wir deckel zu lassen man noch ein bisschen drauf weil ein wenig brauchen noch noch ist die temperatur zu niedrig so freunde wir haben es neue und mitternachtssnack ja und schatzi kontrolliert jetzt mal sagen das ist gut es ist gut definitiv die ganze ist fertig wir werden sie gleich vom grill runterholen ja ja ist fertig ist gustav fertig das heißt nicht gustav das ist gustav gleich gleich holen runter mit der sau eben mit gustav moment ist der schwer sieht der gut aus so freunde aber drinnen darf ich jetzt den namen gustav leider nicht mehr verwenden weil patricia ja auch mit essen soll und wenn da ein viecher einen namen hat dann ist sie uns nichts aber egal wir gehen jetzt rein zum essen ich habe das dann soll jetzt schon mal daher gestellt jetzt werden wir das hier erst einmal von den spießen befreien brauchst du nachher wahrscheinlich und schatzi wird uns den jetzt dann gleich oder die ganz fachmännisch zerlegen wieso ich kann das gar nicht hört ihr das hört ihr das also knusprig ist er auf alle fälle und mir die keule um die ohren haut wir werden nachher dann angucken wie das ganze ausschaut keulen und flügel sind schon weg da haben wir noch lecker süßchen und blaukraut rotkohl heißt das ist blaukraut bei uns ja aber nur wobei die ostfriesen hier und stückchen für stückchen zerlegt schatzi die ganz doch doch ganz fachmännisch sieht doch gut aus und ich glaube hier jetzt gleich mal ein stückchen für ein probiererle genau die ecke hier Salz, Pfeffer, Paprika, perfekt lecker Richard wie nennt man das was da jetzt dann gleich rauskommt bei euch Brötchenknödel wahrscheinlich Brötchenknödel oder keine Ahnung was das ist da kommt der Semmelknödelteig raus ein Mördermonster wenn du mir das jetzt so hebsch irgendeiner muss jetzt das so heben schnell so Freunde hier haben wir jetzt der Gerät mit allen Beilagen auf dem Teller probieren wir auch gleich mal das Rotkraut noch Blaukraut lecker Ich genieße jetzt Puh nach so einem geilen leckeren Mahl direkt aufzuspringen für das Fazit wäre eine schändliche Tat nein ich bleib hier jetzt sitzen und Patricia sag uns laut und deutlich deine Meinung dazu zu der leckeren Ostergans war lecker war lecker war lecker und richtig gut richtig perfekt ist halt ein Gans normalerweise esse ich keine Gans oder Entee mhm tjo Schatz wie hat dir Gustav geschmeckt gib dein Essen keinen Namen aber lecker war er war sehr gut ja Frau Kruse ja es war sehr lecker aber ich bin auch nicht so ein Gans Fan aber ich habe es gegessen und ich fand es gut na also der Herr Kruse es war sehr lecker und wir rollen dich nachher raus und jede weitere Gans die ich nun mal kriegen werde muss ich mit dieser Gans messen der Knödelteig ist nicht meins was nein ja wird es auch nie werden egal ob Brötchen oder Semmel ich mag aber zuhause auch nicht es sind halt aus Friesen da können wir nichts dafür hier ne wir holen uns Toffel ne was für Dinger Toffel Kartoffel also reine Kartoffelfresser habe ich auch gerne aber in dem Falle gescheites Semmelknödel und ein Blaukraut dazu gegen Kartoffelknödel hätte ich auch nichts gehabt also Essen sehr lecker wunderbar klar ihr habt nicht die Möglichkeit so eine echte Mödinger Gans zu ergattern aber wenn ihr eine andere Gans macht ganz einfach SPP Salz, Pfeffer, Paprika anscheinend Semmelknödel, Teig rein und im Grill kann ich bloß empfehlen nicht auf beiden Seiten Kohlen rein zu tun sondern immer nur auf einer Seite auch bei Hähnchen immer nur auf einer Seite im Kohlenkorb warum habt ihr schon mal an Hähnchenwagen wo es eigentlich die geilsten Hähnchen auch mit gibt gesehen gesehen wo von beiden Seiten die Hähnchen befeuert wurden nein immer nur von einer Seite sprich Flamme leicht abkühlen Flamme und genau so mache ich das auf dem Grill gut ich hoffe euch hat das Video wieder gefallen auch wenn es jetzt schon das dritte Mal eine Gans am Spieß war in derselben Prozedur aber ich finde das ist jedes Mal ein Video wert weil es einfach zu lecker ist und es kommen ja auch jedes Mal andere Sprüche von uns und hier der Gans ist anders Tja das war es mit dem Video Gustav die Osterganz Leute wir sehen uns Schalkowski darf die Leute und heute ich